kriegen wir da komplett auf die Fresse in München. Und am 19. zum Video, zum 33. Spieltag, wie angekündigt, wir gehen die Szenarien durch. Realistisch, Hoffnung und Worst Case. Kleiner Ausschau auf 34. Spieltag wird es auch geben und eben Fokus auf Hertha, uns und Bielefeld natürlich. Zuerst das für mich realistischste Szenario. Für uns direkt, Freitagabend ist für uns, trotz unserem eigenen Spiel, für mich, sage ich wie es ist, das wichtigste Spiel der Woche. Freitagabend, Bochum gegen Bielefeld. Bochum hat jetzt mal BVB grandios in Klassenerhalt gefeiert. Die Fans sind hyped, scheinbar auch sehr schnell ausverkauft. Bochum eigentlich auch heimstark, nimmt mal so Ausnahmen raus wie die Niederlage gegen Augsburg zu Hause. Die werden da hoffentlich im Normalfall schon auch vor einem letzten Saisonheimspiel abliefern und gewinnen. Dann haben wir Samstagabend, Hertha gegen Mainz, auch vor einem sehr gut vollen Stadion vermutlich. Berlin könnte dann in Klassenerhalt feiern mit einem Sieg, was auch nicht unrealistisch ist, weil normalerweise auch Bayern-Bezwinger generell in den Spielen darauf meistens nie so performen. Und wir kennen auch Mainz auswärts auf Platz 17, schon oft gesagt, Berlin gewinnt das im Normalfall. Und dann Sonntagabend, wir beide in Bayern nach Mainz, Pleit und Ibiza, was das Bayern-Thema angeht. Trotzdem, wir verlieren im Leben normalerweise keine zwei Spiele am Stück. Rückgewinn gegen uns und das würde tabellarisch bedeuten. Hertha hat den Klassenerhalt mit 36 Punkten, wir weiter 16er mit 29 Punkten und Bielefeld 17er mit 27 Punkten. Und solange wir nicht komplett aufs Maul bekommen in München, haben wir noch den Vorteil vom Torverhältnis. Nun das Hoffnungsszenario. Bochum bleibt die gleiche Argumentation. Die holen den Heimsee gegen Bielefeld. Bei Hertha Mainz sollte dann eben für unsere Hoffnung Mainz seine starke Leistung fortsetzen. Auch da vielleicht die Motivation durch die Magath-Sprüche danach, der sich ja hauptsächlich auf die Bayern bezogen hat. Nach dem Motto, die sollten sich die Spiele einstellen und so weiter. Mainz war aber auch sehr, sehr stark. Vielleicht könnte man es direkt mitnehmen ins direkte Duell eben auch gegen Magath gegen Berlin und da eben dann doch mal auswärts auch gewinnen. Das wäre leistungsmäßig schon drin. Sie tun so leider auswärts nie. Dann merken wir als VfB, dass am Sonntagabend richtig was drin ist. Wir reißen da laut einem VfB mit rund 6.500 Fans an. Da sieht man schon, dass die echte Zahl mit Fans drumherum und bla 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 schon irgendwie über 7.000 wird. Wir geben da Vollgas. Das ist klar, das wird ein Heimspiel im Brustringtrikot in München. Die Bayern immer noch komisch drauf. Ibiza hat vielleicht doch seine Folgen. Vielleicht kann man wirklich auch freier aufspielen in München als eben in anderen Partien. Und gewinnt da eben in unserem Hoffnungsszenario in München. Das würde tabellarisch bedeuten, Bielefeld mit 27 Punkten auf 17 wäre abgestiegen. Wir an Berlin dran, wären auf Platz 16 mit 32 Punkten. Berlin auf Platz 15 mit 33 Punkten. Und wie gesagt, Vorteil-Torverhältnis gegenüber Hertha und Bielefeld immer. Und noch das Worst-Case-Szenario. Bochum feiert doch ein bisschen zu lange den Sieg gegen BVB. Und ist eh schon sicher in der Liga. Nimmt das nicht so ganz mit. Bielefeld nimmt diese Moral noch mit von dem Last-Minute-Treffer gegen Berlin. Und gewinnt da auf einmal auswärts in Bochum. Hertha, wie im realistischen Szenario, auch gewinnt das Heimspiel gegen Mainz. Und wir eben fahren nach München. Und dann, weil die Spieler ja schon vor uns sind, würden wir auch auf Platz 17 schon nach München fahren. Auf dem Abstiegsplatz 17. Und in unserem Duell lassen sich die Bayern das Ding einfach nicht nehmen. Die verlieren keine zwei Spiele am Stück. Wie gesagt, wir zeigen Leistungen wie Berlin und Wolfsburg. Und wenn wir das tun, solche Leistungen zeigen, wie die letzten beiden Spielen, kriegen wir da komplett auf die Fresse in München. Das würde tabellarisch bedeuten, Theater ist durch. Klassenhalt 36 Punkte. Und auch Bielefeld zieht an uns vorbei. Wir wären nun auf 17 mit 29 Punkten. Bielefeld auf 16 mit 30 Punkten. Je nachdem, wie sehr wir aufs Maul bekommen in München, wäre auch, oder wie auch Bielefeld dann gewinnt, wäre auch das Torverhältnis vom Vorteil her weg. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr denkt, was am 33. Spieltag passiert. Schauen wir noch kurz auf den 34. Spieltag. Alles parallel, alles Samstag 15, 30. Dortmund gegen Hertha kann uns wohl egal sein. Mit den realistischen Tipps sind die eh durch. Trotzdem, wenn es dann auch um was geht, müssten wir auf eine gewisse Haltung von Dortmund hoffen. Es gab schon einige BVB-Pleiten, auch vor allem Heimspiel am letzten Spieltag, wo sie hergestellt haben, gegen Abstiegskandidaten. So ganz komische Spiele. Aber im Normalfall gewinnt der BVB sein letztes Heimspiel zu Hause gegen die Hertha. Dann Bielefeld-Leipzig. Da erstmal der Blick auf Leipzig vor allem. Nein, die werden jetzt gegen Augsburg zu Hause liefern müssen am 33. Spieltag. Und das eben auch in Bielefeld. Das ist so ein bisschen das Gute, weil bei denen geht es noch komplett um die Champions League. Gerade auch nach diesen Pleiten jetzt Gladbach und Union. Die können nicht mehr abschenken. Können sie nicht machen. Das hatten wir vielleicht ein bisschen Angst gehabt, dass wir vielleicht Pokalfinale, vielleicht auch Euroleague-Finale. Da können sie vielleicht mit der B11 auftreten, ein bisschen abschenken. Das wird wohl nicht drin sein. Die müssen und werden da gewinnen für einen Champions-League-Platz. Und Bielefeld logischerweise muss da nochmal alles geben im Heimspiel, sonst ist es halt der Abstieg. Und unser Heimspiel gegen Köln, gegen unseren Angstgegner Köln. Gerade zu Hause im Heimspiel gegen Köln haben wir keine gute Statistik. Und bei denen wird es ja leider Gottes auch am letzten Spieltag noch um einiges gehen wahrscheinlich. Selbst wenn es nicht der Fall wäre, diese Truppe vom Baumgart schenkt nicht ab. Wir wissen das Beispiel von Bremen-Köln war es damals, glaube ich. Sowas würde, glaube ich, nicht nochmal passieren. Gerade nicht unter dem Trainer. Worauf wir ein bisschen hoffen müssen, ist halt, dass Köln gegen Wolfsburg nicht unbedingt gewinnt, nicht viel mitnimmt. Und dann müsste eben auch der Rest irgendwie noch mitspielen an dem Spieltag. Sodass Köln so dasteht, dass sie die Europa League sicher haben, wenige Restangst haben, in die Conference League abzurutschen. Und eben auch gleichzeitig keine Chancen mehr auf die Champions League haben. Aber keine Ahnung. Ich gehe davon aus, dass Köln-Wolzburg schlägt zu Hause. Also alles andere wird mich wundern. Und dann geht es für die um alles. Dann haben sie sogar noch rechnerisch, natürlich nicht nachdem wie der Rest spielt, aber rechnerisch sogar noch Champions League Hoffnung in die Kölner. Trotz ausverkauften Haus werden da auch Punkte gegen Köln extrem, extrem schwer. Also der Fokus ist tatsächlich eher darauf, dass Bielefeld einfach noch zu wenig Punkte holt, um an uns vorbeizukommen. Denn bei unseren aktuellen Leistungen sehe ich, wie schon mal gesagt, wenig Hoffnungen auf Punkte. In der zweiten Liga ändert sich natürlich auch alles von Spieltag zu Spieltag. Da brauchen wir gar keine Prognose wagen gerade. Wahrscheinlich erst nach dem Abpfiff von 34 Spielern klar, auf wen man da trifft. In der möglichen, aber wie gesagt auch noch nicht gesicherten Relegation. Und noch ein kleiner Funfact, ohne wirkliche Aussage. Ich fand es nur lustig. Ich war ja 2018 und 2019 nach dem Abi in ein paar Praktikas. In der Saison sind wir abgestiegen. Letztes Jahr, diese Saison quasi, von September bis Februar, war ich ja auch im Praxissemester von der Uni aus. Und jetzt wieder der Abstieg möglich. Also ich sollte wohl Praktika einfach sein lassen. Lasst mir eure Kommentare da zum Spieltag, wie die Saison auch verläuft. Und bis zum nächsten Mal.